Heute sprechen wir über das Beste im Fernsehen, hier bei Quoten.fm. Und damit recht herzlich willkommen zu Ausgabe 532 und heute ist mal wieder Hauke Reitz zu Gast. Schönen guten Tag. Ja Hauke, du warst jetzt ein paar Wochen nicht dabei, du hast dir einfach gedacht, das war alles zu viel Hochkultur hier bei Quoten.fm. Du wartest mal wieder, bis die echten Highlights im Fernsehen kommen. Und wir sprechen heute über Bachelor in Paradise. Ja, ich habe schon gedacht, ihr habt in der Zwischenzeit auch den Grimmelpreis irgendwie gekriegt. Also wir wissen es mal wieder, bis in Erden und auf das gute alte Trash-TV zurückgreifen. Genau. Du bist gerade noch ein bisschen leise. Okay. Aber das kann ich hier noch vielleicht ändern. Jetzt hört man dich sogar ein bisschen besser. Mhm. Sehr gut. Ja, Bachelor in Paradise, um das mal zu erklären, was ist das eigentlich? Es gibt in den USA ja ursprünglich den Bachelor, also ein Mann, der sich ja aus 25 Frauen eine raussuchen darf. Das Ganze hat man dann noch ein bisschen verändert in die Bachelorette, also eine Frau, die sich unter 25 Männern jemanden raussuchen darf. Dann gab es Bachelor Pad. Das kenne ich jetzt weniger. Das gab es auch nie in Deutschland. War auch in den USA kein großer Erfolg. Und irgendwann hat man sich gedacht, man schmeißt einfach mal die Bachelorette und den Bachelor zusammen in Bachelor in Paradise. Und da treffen sich alle irgendwie auf einer Insel und jede Woche darf abwechselnd Frau und Mann sich aussuchen, wen sie nimmt. Ja, und im Oktober 2017 hat RTL bekannt gegeben, das Format zu senden. Es wurde dann vom 9. Mai bis zum 13. Juni die erste Staffel gesendet. Knapp 14,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Wir hatten in der ersten Staffel, ja, Paul Jahnke zu Gast, Evelyn Burdecki, Johannes Haller, der auch schon überall mitgemacht hat, Saskia Azzarott, glaube ich, und Oliver Sané. Jetzt ist die zweite Staffel an den Start gegangen. Im Oktober, sehr ungewöhnlich, die ganze Staffel soll bis Ende Dezember laufen, kurz vor Weihnachten. Paul Jahnke ist diesmal mit als Barkeeper in der Villa mit dabei und man hat auch wieder ein paar ganz alte Stars, in Anführungszeichen, rausgesucht. Wir haben Aurelio Savina dabei, der mit 41 Jahren der Älteste ist. Ja, und ich glaube ganz ehrlich, es sieht so ein bisschen so aus, dass die Leute aus der letzten Bachelorette-Staffel, also kurz zu Hause waren, die Sachen durchgewaschen haben und sind dann wieder nochmal in Urlaub gefahren. Also das war schon ein bisschen, ich glaube, das kam ein bisschen kurzfristig alles. Aber was ich mich die ganzen, ich habe es drei Folgen gesehen, was mich da echt gefragt hat und das Beispiel Aurelio ist ein sehr gutes, was muss man als RTL oder als Produktionsgesellschaft so einem wie Aurelio erzählen, weshalb er da mitmachen soll? Ist es das Geld? Ich glaube nicht. Ist es, keine Ahnung, die Leute finden dich toll, dass du noch mehr Ruhm abkriegst. Daher fehlt es aber dann so ein bisschen an der Geschichte, wie nehme ich mich selbst meiner Umwelt wahr? Also man muss doch wissen, dass man da auch sehr, sehr schnell und sehr stark in einer Rolle ist, in die man vielleicht noch sehr schwer wieder rauskommt. Ja, wenn man generell bei diesen Bachelor-Formaten mitmacht. Also wir haben ja auch, wenn man sich mal diesen ganzen Chaos an Frauen durchguckt, wir haben eine katholische Studentin, wir haben eine Unternehmerin, das ist ein bisschen ungewöhnlich, eine Tierarzthelferin, eine Pharmareferentin, Studentin, Immobilienkauffrau, Flugbegleiterin, Influencerin, Friseuse, Redakteurin, Bürokauffrau, Mode-and-Beauty-Redakteurin, Filialleiterin im Einzelhandel und Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen. Ja, das liest sich auch manchmal besser, als es in Wahrheit ist. Aber jetzt nehme ich jetzt mal am Beispiel Alex Hendersmann. Der hat in der letzten Bachelorette-Staffel mitgemacht, hat dann in der nächsten Bachelorette-Staffel, war dann Kandidat, ist dann nach zwei, drei Folgen wieder ausgestiegen. Und zwar rechtzeitig so ausgestiegen, dass er den Flieger noch gekriegt hat für Bachelor in Paradise. Also wenn das nicht, welcher Arbeitgeber macht so etwas mit, dass man jemanden da ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, keine Ahnung, freistellt und wozu? Also ich glaube, je öfter, gerade Alex Hendersmann, zu dem ich am Anfang eine hohe Meinung, weiß ich nicht, aber schon ein gutes Bild hatte, das wird von Mal zu Mal verblasst, das. Ja gut, ich meine, er ist gelernter Personal Trainer, da kannst du natürlich, ja, da bist du nicht so wichtig und da kannst du auch mal drei Monate freigestellt werden. Ich meine, Personal Trainer, ja, ist jetzt nicht so der Beruf, wo man dich jetzt immer braucht. Ist natürlich auch im stolzen Alter, 31 Jahre. Ich weiß auch nicht, ob man, generell, der Cast ist relativ alt, im Vergleich zu Paradise Hotel, wo wir irgendwie nur die 18- bis 23-jährigen munter rumhüpfen sehen haben, die irgendwie aus dem McFit direkt weggecastet worden sind. Dann hatten wir, na, die RTL2-Sendung Love Island, wo man sich so gesagt hat, die hat man irgendwie, ja, bei LaVue oder sonst irgendwas aufgegabelt, gar nicht bei Tinder. Und jetzt, ja, wurden die Menschen bei Instagram eingeladen, mitzumachen. Ja, also ich glaube, dass hier Bachelor Paradise Hotel, das ist so, na, die jungen Leute ist erst mal vor der Kamera, die können da Erfahrungen sammeln, wer dann gut ist, so ein bisschen Kastensystem, der kann dann zu, keine Ahnung, Bachelor, Bachelorette etc. Und wer da dann gut und von den Zuschauern auch gemocht wurde, den sehen wir dann bei Bachelor Paradise wieder. Also da hat sich so eine Art Mikrokosmos draus entwickelt. Ich glaube, all diese Leute leiten so ein bisschen unter Realitätsverlust, weil ich glaube nicht, dass die Leute sie sehen wollen, sich denen eine Karriere wünschen, keine Ahnung. Die werden zeitlebens ihres, ich schätze mal, kurzen Fernsehdaseins, werden sie darauf gepolt, dass sie da mitgemacht haben und mehr dann aber auch nicht. Ja, das Schlimme ist, glaube ich, dass die Leute, die da mitmachen, tatsächlich glauben, dass sie, ja, irgendwas Besonderes können. Ja, und genau deshalb habe ich gesagt, ich würde ganz gerne mal bei so einem Gespräch, was RTL mit den Kandidaten führt, nach dem Motto, hast du nicht Lust, da mitzumachen, da wäre ich gerne mal ein Mäuschen, mal gucken, was die denen so erzählen. Und nach dem Motto, ey, du bist so toll, also die Sendung würde ohne dich laufen, komm mal bloß dahin. Und was erzählen sie, was ein Argument wäre, sein, naja, hochbezahlt wahrscheinlich nicht, seinen Job aufzugeben oder ruhen zu lassen und dann mal wieder in die Südsee mit völlig fremden Männern und Frauen da zu sein. Ja, ich habe ja mal eine Bekannte gehabt, die ähnlich auch so auf Instagram unterwegs war und bei der hat sich dann auch RTL gemeldet. Ich weiß nicht, ob es RTL in einer Produktionsfirma war und irgendwie fürs Nachmittagsprogramm oder Vorabennmagazin und die dachte oder sie glaubt immer noch wahrscheinlich, nicht, dass sie damit irgendwie einen größeren Erfolg bekommt. Und ich habe ihr dann halt auch versucht zu erklären, naja, wenn sie mit ihr fertig sind, dann fragen sie halt einfach die Nächste. Aber die Menschen glauben dann, dass sie dann irgendwie bei guten Zeiten, schlechten Zeiten eine Hauptrolle bekommen und vielleicht dann, ja, bei Alarm für Cobra 11 irgendwie eine Nebenrolle haben. Ja, also ich glaube, der Pool der Leute, die das sich vorstellen könnten, ist wirklich enorm groß und ich glaube, er wird auch immer größer mittlerweile, weil ja auch die Sender dieses Potenzial befriedigen, dass die Leute, keine Ahnung, aus dem McFit hernehmen oder aus den Stellengesuchern zeigen irgendwelche Städteblätter oder so. Also sowas hast du da schon, aber es ist, glaube ich, wenn du einmal dabei warst, dann war es vielleicht eine Erfahrung, vielleicht auch eine gute, keine Ahnung, aber dann war es das. Aber dass man da so schnell so viel Blut leckt, dass man sagt, ich mache das noch mit und dann das noch und dann das noch. Also, ja, das ist doch auch gut. Ja, vor allem interessant fand ich ja, dass ich einige irgendwie auch privat kenne, also wie auch bei Paradise Hotel. Es gibt ja wirklich anscheinend so eine Welt von Menschen, die sich da kennt und dann auch gegenseitig sich wahrscheinlich auch einlädt oder sich gegenseitig empfiehlt und sich dann auch in diesen Produktionen trifft. Ganz ehrlich, ich war vollkommen überrascht. In der dritten Folge, wie gesagt, habe ich schon online gesehen bei TVNOW, da kommen ja zwei neue Frauen, was für ein Wunder. Die begrüßen morgens die Teilnehmer, die sind zum Teil ungeschminkt, zum Teil schläft und richtig mit Namen. Also auch da, als würde man sich von diversen Castings irgendwie kennen. Also, sehr seltsam alles. Ich frage mich ja immer sowas, das sind ja knapp 30, 35 Darsteller jetzt. Ich meine, RTL wird es jetzt nicht so machen wie beim Dschungelcamp, irgendwie sieben verschiedene Maschinen chartern und mit den einzeln rum. Also, bei so einem großen Cast hocken die dann alle zusammen irgendwie im Flugzeug und dürfen nicht miteinander reden oder wie ist das? Also, da würde ich auch mal ganz gern dabei sein. Ja, und ich weiß auch nicht, in welchem Abstand jetzt die neuen Kandidaten dann auch eingeflogen werden, ob die jetzt sozusagen auf dem Hotelzimmer sitzen und warten, dass irgendjemand rausfliegt und dann dabei sind oder ob die dann wirklich ein paar Tage später erst fliegen. Also, das ist alles sehr seltsam. Und ich glaube, auch manche Fragen will man noch gar nicht beantworten. Momentan ist es halt bei mir so, dass so dieser, dieses Feeling des Neuen, das ist spannend, das muss man gesehen haben, das verblasst so ein bisschen, weil natürlich, es ist auch dieses Mal das Gleiche wie in den Jahren zuvor, nur halt die Köpfe sind andere. Ja, aber man muss auch mal sagen, das, was RTL da produziert hat, sieht relativ hochwertig aus. Das stimmt. Und auch dieser, was ist das, im Club oder also da, wo sie dann wohnen, im Bachelor in Paradise, das ist auch mit Sicherheit extrem hochwertig. Also, das kann ich schon verstehen, dass da manche sagen, da muss ich unbedingt hin. Wie gesagt, was ich halt seltsam finde, ist, die Schlüpper vom ersten Urlaub sind noch gar nicht richtig trocken, da wird schon wieder der neue Koffer gepackt. Aber das ist dann so. Jetzt müssen wir uns natürlich mal überlegen, warum die Quoten eigentlich dieses Jahr so schlecht sind. Ich glaube, weil das auch zum Teil inflationär ist. Also, ich will nicht immer von früher reden, in der guten alten Zeit, aber es war, da gab es Bachelor, da gab es Bachelor. Und irgendwann, als die Zeit zwischen zwei neuen Staffeln dann auch ein bisschen sich hinzog, hat man so etwas erfunden. Mittlerweile haben wir selber ja auch am Anfang gesagt, es gibt Love Island, es gibt dies und jenes. Also, der Markt ist halt größer geworden dessen, was ich gucken kann. Und nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch die Streaming-Dienste haben ja Sachen, die sie exklusiv dann für die Streaming-Dienste dann da auch produziert haben. Es gibt jetzt demnächst auf, ich glaube, TV Now, Guilty Pleasure, was auch in die, sagen wir mal, Bachelor-Bachelorette-Familie dann auch noch an. Nee, Guilty Pleasure ist das Label, mit dem tatsächlich RTL wirbt. Ja, aber die werben auch damit für TV Now. Ja. Ach, ist es auch im linearen Fernsehen zu sehen? Nee, Guilty Pleasure ist dieses Label von wegen, klick das bei TV Now an und da kriegst du genau das, wo du, also es ist eigentlich deren Label für Trash-Fernsehen. Dann ist es nicht, dann heißt es nicht Guilty Pleasure, aber es gibt irgendwie, ich sag mal, so eine Art Bachelorette für die Kollegen der kontroversen Triebfixierung, also die dann eher auf gleichgeschäftige Partner stehen. Ach so, das ist Prince Charming. Prince Charming, genau. Entschuldigung, das war's. Und das, wir haben da ein Füllhorn von richtig Trash. Und deshalb sind die Quoten halt so, wie sie sind. Oder liegt es vielleicht, wie ich so ein bisschen finde, auch an der Jahreszeit? Wir haben jetzt nicht mehr Hochsommer, wo auch gefühlt im Fernsehen nichts mehr kommt. Also da kam ja auch bei ProSieben nichts. Jetzt haben wir Joko und Klaas gegen ProSieben. Wir haben die Höhle der Löwen. Wir haben natürlich auch in der ARD Serien, die sehr gut funktionieren. Da liefen wir auch im Sommer nur Wiederholungen. Liegt es vielleicht auch daran, dass Fußball im Gegenprogramm läuft? Ich glaube, es ist eine Mischung aus sehr viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem guten Fußballspiel und Bachelor in Paradise, es tut mir schon sehr leid für Bachelor in Paradise, aber ich weiß, wofür ich mich entscheiden würde. Naja, aber das Bayern-Spiel war jetzt auch nicht gerade das Beste am Dienstag. Aber unabhängig davon, ob das Spiel gut wird oder ist oder nicht, das weiß man vorher nie. Aber du hast dann Leute, die da mit einer gewissen Ernsthaftigkeit der Sache, dem Sport, eine Chance geben. Und das ist schon was anderes, um zu sagen, hier, guck mal, das Tattoo habe ich. Und also die Gespräche untereinander sind extrem dünn. Und das ist, glaube ich, etwas, das kann man sich angucken eine Zeit lang. Aber ich finde auch den Zeitraum bis Ende Dezember oder wie lange auch die neue Staffel Bachelor in Paradise geht, finde ich extrem lang. Ja, es kommen jeden Tag, jede Woche zwei, drei neue Damen oder Herren neu dazu. Aber irgendwie, das ist extrem lang. Also der Cast ist gegenüber vom letzten Jahr noch mal massiv aufgebläht worden. Ich glaube, um knapp zehn Leute. Ja, und ich glaube, das ist auch dieses, man sieht, dass die Show kam an. Und jetzt will man sich noch künstlich ein bisschen aufblähen. Und das tut der Sache nicht immer gut. Ja, wir haben ja auch noch den anschließenden Talk. Irgendwie, der wird nur von fünf Prozent der Menschen angeguckt. Die Sendung hat weniger Zuschauer als damals im Mai, Juni und Juli. Oder nur bis Juni 2018. Also irgendwie trifft es zurzeit nicht den Nerv. Vielleicht, weil RTL zu oft den Nerv getroffen hat. Wir hatten ja auch die extrem erfolgreiche Sommerhaus der Stars Staffel mit dem Wendler. Komischerweise nach dem Wendler sind die Quoten doch zurückgegangen und war auch inhaltlich nicht mehr ganz so geil. Ja, und trotzdem, ich kann RTL da schon verstehen, dass sie in der Vergangenheit war es ja so, es gab nach der letzten Nacht der Rosen beim Bachelor oder bei der Bachelorette einen Talk, wo alle dann sich um einen Kamin und Frau Koludew gesammelt haben und dann so ein bisschen vom Leder abgezogen haben. Jetzt gibt es nach jeder Folge Bachelor in Paradise einen Talk. Ich glaube deshalb, weil sie gemerkt haben, dass die Menschen, die sich das angucken, vielleicht nicht gerade sich alle gemeinsam vom Fernseher versammeln, aber da wird parallel eine WhatsApp-Gruppe gebildet. Dann wird geschrieben, guck mal, was der macht, guck mal, was der anhat, guck mal, was die macht und so weiter. Das ist so ein bisschen dem Tribut zu zollen. Ich glaube aber, das ging so ein bisschen nach hinten los und nicht immer ist Frau Koludewig die Allzweckwaffe, die dafür auch herhalten muss. Also ich glaube, man hätte das anders aufsiegen können, dann wäre es auch ein Erfolg gewesen. Ja, durchaus. Wobei ich auch so das Gefühl habe, ich glaube, dass man mit dem, was man für Kandidaten bei uns zurzeit hat, kann man, glaube ich, nicht jedes Jahr so eine große Bachelor in Paradise Staffel machen. Also ich muss auch sagen, ich habe mich bei Love Island auch schon ein bisschen gelangweilt. Der ein oder andere guckt das ganz gerne, aber ich war da auch jetzt nicht so wirklich der, der da so gut unterhalten worden ist. Und bei Hotel Paradise bin ich auch erst nach ein paar Folgen reingekommen. Ja, und ich glaube, wie gesagt, es gibt ein Überangebot. Und insofern, wenn es ein, zwei Sachen gäbe von Leuten, die sich dann im Urlaub suchen und finden, dann reicht es. Aber was kommt da hinzu? Es gibt ja auch diverse andere Sender, die vielleicht nicht gerade auf diesem Zug Bachelor, Bachelorette aufsteigen, aber trotzdem, wo man so eine Art Mockumentary oder so eine Art andere Show draus zieht, ich will nicht viel vorweggreifen, weil das wird auch mein TV-Tipp. Aber das ist schon etwas, also es gibt in den letzten zwei, drei Jahren hat es ein Überangebot gegeben. Und da wird es einfach den normalen Prozess geben, dass sich das in irgendeiner Form wieder bereinigt. Ich muss auch gestehen, dieses Überangebot, wie du es sagst, fällt mir persönlich auf bei Joko und Klaas, was ich auch ganz gerne anschaue. Ich merke nur, ich komme da nicht hinterher. Jetzt hatten sie zwei oder drei schon wieder Samstagabendshows und jetzt auch viermal am Dienstag. Das ist mir tatsächlich zu viel. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles angucken soll. Ja, und es war erst mal so, dass auch die Boulevardpresse sich so ein bisschen auf Joko und Klaas eingeschossen hat. Nach dem Motto, ist bei den Sendungen, die beiden gegen ProSieben, geht da alles mit rechten Dingen zu. Gibt es da Sachen, die vorab gesprochen sind und so weiter. Dann kommt ja noch diese neue Show hier, die Live-Show bei dir zu Hause mit Obtenhövel und Steven Gäthien. Mit sich halt gut gemacht. Aber man merkt dann schon, dass das Studio fehlt. Das wird sehr, sehr hölzern alles. Und manches zieht sich so ein bisschen in die Länge. Aber wo wir da schon dabei sind, ich habe so immer das Gefühl, nur dadurch, dass sie kein Studio haben und dass sie jetzt eine Live-Show von irgendwo machen, muss diese ganze Sendung jetzt so zäh sein. Naja, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass sie ein Studio haben oder das im Vorgarten will ich mal machen. Aber für dieses Spiel brauchen wir, keine Ahnung, 15 Tischtennisbälle. Bis die dann dort sind und zum Einsatz kommen, da vergeht natürlich sehr viel Zeit, die dann von Matthias Obtenhövel und Steven Gäthien irgendwie aufgefangen werden müssen. Das wirkt dann sehr schnell sehr zäh. Ja, das Gefühl hatte ich bei der Sendung eben auch. Und jetzt sollen ja auch Joko und Klaas wieder zu Gast sein. Ja, also ich habe so jetzt auch, ich sage mal so, es ist zwar ganz nett, dass man das von zu Hause aus macht oder von woanders. Man kann ja auch das, es muss ja nicht direkt irgendwie in der Nachbarschaft von irgendjemandem gemacht werden. Man kann ja auch ein großes, an einem großen Einkaufszentrum oder sonst irgendwas, sowas machen. Halt mal raus irgendwie aus Köln, München, Berlin oder Hamburg und das veranstalten. Aber ich habe so immer das Gefühl, immer wenn man da irgendwie so rausgeht, das Konzept, ja, also irgendwie diese ganzen Sender, ja, beschränken sich dann immer irgendwie so, wir haben einen Punkt, den wir gut verkaufen. Und das ist jetzt in dieser Sendung ist es jetzt, wir sind bei den Leuten zu Hause. Und das grässliche Konzept ist nicht gut. Ja, das stimmt. Und es tut mir so ein bisschen, und bei den Moderatoren leid, die ich halt nach wie vor sehr mag und sehr schätze, aber das ist so ein bisschen unter, na, unter dem Niveau vielleicht nicht, aber das wird den Herrn Gäthien und Oppenhövel nicht ganz gerecht, finde ich. Und vor allem, man muss ja auch mal sagen, die Gewinnsumme, wie kommt man eigentlich auf 90.000 Euro? Vielleicht sagt man, macht was ihr wollt, aber gebt keine 100.000 Euro aus, das ist keine 100.000-Euro-Show. Macht's weniger, das ist 90.000. Ich hab keine Ahnung. Also das ist eines der vielen Mysterien, durch dich, die ich auch nicht durchblicke. Ja. Und wo wir schon dabei sind, wenn wir mal auf die ganzen Shows eingehen, das ist auch so ein typisches Problem, was ich zum Beispiel sehe bei Schlag den Henssler oder diesen Schlag den Star oder Schlag den Besten, dass wir mit dem ganzen Konzept oder mit dieser On-Air-Grafik, dass das alles total veraltet ist. Also auch Elton zum Beispiel ist da ein unfassbar, ich muss es immer wieder sagen, unfassbar schlechter Moderator, wenn da jemand sagt irgendwie so, welcher Planet ist, gehört nicht mehr zum Sonnensystem, dann sagt jemand Venus, nicht Venus, sondern Pluto. Und ist das jetzt richtig? Düd, 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 düd. Da denke ich mir immer, ja, Spannung, wo? Ja, ich glaube, die sind ein bisschen gefangene ihres eigenen Daseins. Also das ist, das hast du recht, das wirkt manchmal ein bisschen hölzern. Und da finde ich, ich sage es immer wieder, wenn ihr mal Leute da draußen was Neues machen wollt, guckt euch tatsächlich mal sowas wie die 100.000 Mark Show an. Wir hatten jetzt auch im Sommer so viele Konzepte, wir machen übrigens einen richtig großen Schwenk. Wir hatten jetzt auch die Sendung Rennen zur Million oder was das auch immer war, die auch tierisch langweilig war, weil man sich auch wieder nur auf so einen Eckpunkt irgendwie versteift hat. Ja, das war bei der 100.000 Mark Show das erste Spiel, was fünf Minuten ging. Und das war unterhaltsam, Punkt. Ja, ich kann es noch toppen. Ich gucke momentan, es gibt eine DVD-Reihe, die ersten drei Staffeln von Wetten, das? mit Frank Elstner. Da sind, glaube ich, insgesamt auf, ich glaube, sechs DVDs, 16 Wetten, die ersten 16 Wetten, das folgen darauf. Es ist da alles mit bei. Aber wenn man sich das mal anschaut, in welchem Tempo das abgeht. Im besten Falle, das muss man positiv sagen, wie viel Zeit sich ein Frank Elstner für den einen oder anderen Kandidaten nimmt. Das wirkt, würde es, ich würde mal sagen, wenn man das heute so macht, eine Sendung und das Ding wird abgesetzt. Aber wir sehen es ja an zum Beispiel Rennen zur Million, wenn du kannst. Das ist vielleicht nicht anders, aber es bleibt trotzdem irgendwie da. Ja, komischerweise, weil man es halt wahrscheinlich auch 17 Mal schon eingeplant hat, zu wiederholen. Und ich sage dann immer wieder, hätten die Leute das gewusst, die damals die Gerichtshows produziert hätten, dann hätten wir da noch viel mehr Trash abbekommen. Ja, das ist wahrscheinlich so. Ja, ja, das stimmt. Aber wir hatten eine Großabrechnung mit dem Fernsehen 21.19. Das ist ja großartig. Ja, muss auch mal sein. Aber wir haben uns ja, wie gesagt, mit dem Reality-Fernsehen auch schon auseinandergesetzt. Und das Problem ist, wir können ja auch nicht zu viel jetzt verraten von der dritten Folge von Bachelor in Paradise. Außerdem muss man auch sagen, es tut uns natürlich auch leid, es guckt halt auch keiner. Ja, ja, es gibt ein Überangebot. Und vielleicht ist auch die Zeit vorbei, dessen ich hau mal drauf und gucke mal, was dann passiert. Sondern dass es dann eher andere, kleinere Sachen sind, die dann den Erfolg dann auch momentan haben. Ja, dann würde ich fast übergehen zu den kleinen Rubriken, die wir immer haben. Ja, fangen wir an mit den Kurznachrichten. Die Kurznachricht ist noch gleichzeitig mein Flop der Woche. Es ist der unwahrscheinliche Weg von Judith Williams, die wir ja als Löwin bei der Höhle der Löwen auch kennengelernt, geliebt, gemocht, keine Ahnung. Die ja auch im Shoppingkanal groß ist. Und jetzt wagt das große ZDF und gibt ihr eine, was ist denn das, eine Dienstagsabendshow? Mittwochsabendshow, oder? Mittwochsabendshow. Weil sie ist ja, das wissen ja viele nicht, ausgebildete Opernsängerin. Und die Idee, dass man sozusagen, dass man da Menschen, Paare, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Liebespaare, Leute, die sich lange nicht gesehen haben, Oma und Opa, was auch immer zusammenbringt. Und der eine hat für den anderen ein Song. Das war, das gab es mal früher, ein Schlechtsung bei Rudi Carell, ich sing dir mal ein Rudi Gramm und sonst was. Das war grausam. Mittlerweile hat man davon auch gelernt und holt sich sozusagen den Original-Sänger. Ob das eine Sarah Connor ist oder eine Lea oder sonst was, wir haben ja mittlerweile auch in Deutschland genug, finde ich, Leute, die Deutsch singen und das dann auch vertreten können. Die Sendung an sich, finde ich, hat sehr viel Charme, hat sehr viel Wärme. Einzig und allein, was da nicht reinpasst, finde ich persönlich, ist Judith Williams. Ich finde es ein bisschen krass, dass man Judith Williams, die ja beim ZDF bislang noch gar nichts gemacht hat, gleich zwei fette Sendungen zur besten Sendezeit anbietet, was natürlich für andere Leute, ich sage jetzt mal in Richtung Jan Böhmermann und der Bild- und Tonfabrik, auch so ein Schlag in die Magengrube ist. Also die berackern sich seit sechs Jahren, dass sie da irgendwo mal einen vernünftigen Sendeplatz im Hauptprogramm bekommen und dann kommt eine Löwin von Vox und kriegt gleich zwei Sendungen. Weil man, glaube ich, von ZDF der Meinung ist, sie ist massenkompatibler, als es ein Böhmermann je sein kann. Das kann natürlich sein, aber jetzt die Quoten sind jetzt nicht so gut. Ja, ich mache mal weiter. Ich finde das generelle Konzept der Sendung nicht schlecht, aber ich brauche da keine Judith Williams, die mehr die Moderation kaputt macht. Ja, mit Sicherheit. Bei mir geht es um ein ähnliches Thema, auch eine Show bei der Kurznachricht und zwar die 500. Ausgabe von Wer weiß denn, sowas wird ganz groß gefeiert am 23. November 2019. Da ist normalerweise auch Geburtstag von Dr. Who 55 Jahre, aber das wird dann nicht groß gefeiert, nein, sondern die 500. Ausgabe von Wer weiß denn sowas. Und weil man sich gesagt hat, das ist eine tolle Sendung, macht man einfach gleich drei Folgen und das Ganze geht 190 Minuten und da habe ich schon einige Leute gehört, die gesagt haben, ja, ist ja ganz schön, aber das ist mir zu lang. Und jetzt kann ich stoppen, wer hat dafür Karten? Wer ist da im Publikum? Ich. Du. Ja. Ja, ich war ja vor kurzem auch bei Wer weiß denn sowas und ich habe es mir nicht nehmen lassen, auch eine Zuschauerfrage zu beantworten oder den Publikumsjoker dann zu ziehen. Ich habe es leider falsch beantwortet, aber das ist eine unwahrscheinlich tolle Sendung, die von sehr vielen Menschen auch hinter den Kulissen extrem geliebt wird und das merkt man. Also das ist eine so schöne, wirklich eine so schöne Sendung. Das macht Spaß und ich habe eine E-Mail bekommen, die Aufzeichnung dauert fünfeinhalb Stunden, also da muss man glaube ich schon irgendwie ein paar Brote mitnehmen, dass man das auch irgendwie auch von der Kraft her schafft, aber ich bin dann dabei beim großen, wer weiß denn sowas, Jubiläum. Okay, dann wünsche ich dir schon mal gutes Hitzfleisch. Ich mache mal weiter mit meinen Top der Woche und zwar, ich sehe es die ganze Woche schon, aber ich hatte noch keine Zeit, es anzugucken, ganz groß bei Fire TV. Amazon und Modern Love, die neue Serie, die soll recht gut sein, haben auch schon viele Leute angeguckt und es wurde jetzt auch eine zweite Staffel bestellt. Es ist eine Anthologie-Serie und es basiert auf einer Kolumne in der New York Times und da werden immer Liebesgeschichten erzählt und da bin ich gespannt und will mir das dann auch mal die nächsten Tage angucken. Ja. Mein Top der Woche hat den ähnlichen Wortklang wie dein Top der Woche, aber es ist noch ein bisschen anders. Ich bin gerade dabei, natürlich im englischen Original, weil es noch nicht anders verfügbar, die allerneueste Staffel von Modern Family zu schauen, weil es wird ja momentan sehr viel Modern Family wiederholt, auch auf Comedy Central. Finde ich gut, finde ich nach wie vor toll und eigentlich kann das öfter passieren, aber man weiß dann auch so ein bisschen, was passiert. Und insofern habe ich ja mit sehr viel Vorfreude mich der elften Staffel dann insofern genähert und ja, es ist jedes Mal so ein bisschen mit einer Träne im Knopfloch, dass man weiß, es geht auf die Zielkurve und es ist bald zu Ende. Also wer die Chance hat, das zu sehen und im Englischen auch etwas Mächtiges, ich kann es nur empfehlen. Ja, bei mir, mein Flop der Woche ist Euphoria. Ich habe mir die erste Folge letzte Woche mal angeguckt bei Sky. Ich habe mich dann auch inhaltlich diese Woche bei Quotenmeter damit beschäftigt. Ich habe ein Branchen-Echo dazu geschrieben, habe einfach mal die Kommentare so der Redakteure von Quotenmeter, von Serien-Junkies, aber auch von Variety und so durchgelesen und ich habe auch gar nicht so Lust, da wirklich weiterzugucken, weil diese Serie ist unfassbar traurig und da geht es um Drogen und da kommt so, also man hat auch gar nicht so die Hoffnung, dass es da so weitergeht. Es ist eigentlich immer nur, ja, es ist einfach nur deprimierend und ein Redakteur sagte eigentlich, es ist eigentlich, es grenzt schon fast an Pornografie und es ist kompromisslos und es ist allerdings auch so harmlos, weil, und man kann es ja auch so sagen, man sieht relativ viele Geschlechtsteile, aber ich sage mal so, es tut der Handlung jetzt nicht wirklich was zugute und ganz ehrlich, ich muss mir da auch keine Geschlechtsteile angucken, ich meine, die Zeiten sind vorbei, ich habe das auch schon mal gesagt, als Galileo noch irgendwelche BH-Tests gemacht hat, heute kann jeder irgendwo auf seinem Acker, wenn er einen hat, irgendwo draußen auf der Wiese mit seinem Handy irgendwelche Filme angucken aus dem Internet, also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, die Serie will halt so ein bisschen schockieren, weil sie schockieren will, weil sie sonst wahrscheinlich, ja, nicht wahrgenommen wird. Ja, ja, mein Flop hatte ich schon mit der Julia Williams Show, was noch bleibt, ist sozusagen mein TV-Tipp, der ist noch ein bisschen handy, ich gebe es zu, aber ich war sehr erstaunt, als ich las, dass man schon relativ weit ist mit der dritten Staffel von Babylon Berlin, die kommt, ich finde, hoffentlich genau rechtzeitig, ich hätte eher damit gedacht, dass man noch ein bisschen braucht, bis sie in eine neue Staffel kommt, aber man hat es wohl, man schafft es wohl dieses Jahr irgendwie noch, zumindest bei Sky, dass Babylon Berlin in die dritte Staffel geht, freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Ja, ich muss es noch angucken, ich bin auch noch nicht so weit, mein TV-Tipp, ich habe es schon komplett angeguckt, eigentlich sollten bloß drei Folgen bei Netflix verfügbar sein, aber es gibt da einen Fehler, deswegen konnte ich mir die ganze Serie angucken, die Rede ist von Wir sind die Welle, startet am Freitag, den 1.11., supertolle deutsche Serie, kann ich wirklich nur empfehlen und wer, wem das nichts zusagt, der kann die dritte Staffel von Atypical angucken, auch ab 1.11., allerdings die Welle kann ich jedem nur ans Herz legen. Wie sehr ist denn die Welle sozusagen von dem alten, von der alten, ich glaube, Film war das mit Jürgen Vogel, inwiefern, gibt es da Parallelen zu? Ja, keine. Okay, gut, weil ich habe neulich gehört, die Welle ist das neue Dark, also ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen, oder? Das ist ein bisschen hochgegriffen, ich würde das so ein bisschen auf das Niveau von, also, ja, wenn Dark vielleicht 10 von 10 Sterne ist, How to get sell drugs away 9 von 10 Sterne, würde ich vielleicht, wir sind die Welle 8 von 10 Sternen geben. Okay, ja, also es ist sehr hochwertig, die Darsteller sind sehr gut, es sind, ja, manche Sachen sind es nicht ganz so logisch, da kann man sich dann vielleicht in ein, zwei Wochen nochmal hier bei Quoten mit FM im Detail unterhalten, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man sich sehr gut angucken kann und es ist wie Deutschland 86, man guckt es sich an und man stellt fest oder man denkt sich, das kommt nicht aus Deutschland. Schön, das werde ich dann mal auf meine Watchlist dann noch packen. Genau, damit haben wir es auch die Woche schon wieder, Hauke, wenn wir uns beide unterhalten, geht die Zeit immer so ganz schnell vorbei. Bestimmt, ja, naja, aber ich hoffe, es war auch für den einen oder anderen Hörer was dabei. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder und wir wünschen ein schönes Wochenende. Ja, sehr, sehr gerne. Mach's gut, Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020